Oh Leser! Verschwinde! Ah, nein. Nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Alex? Julia? Oh, scheiße! Das ist nicht gut. Hey! Brad! Captain? Wie hast du mich gefunden? Sind alle okay? Ach, na super. Ging mir nie besser. Wer da bloß nicht die Sache mit diesem verdammten Höhlenschiff, auf dem wir abgeschnitten von der Welt herum irren. Ja, dumme Frage. Was soll die Gasmaske? Hab ich in nem Spind gefunden. Dachte, ist nützlich. Aber ich weiß nicht. Wir sollten hier weg. Okay. Jetzt haben wir uns definitiv verirrt. So ein Riesenschiff hat viele Gänge. Wir müssen wohl alle absuchen, um einen verdammten Weg rauszufinden. Wow. Das ist wohl das Letzte, was man erleben will auf einem Schiff. Wir müssen einen Weg an Deck finden. Hashtag genau mein Reden. Wow. Ey, schau doch mal. Komm hierher. Was denkst du? Dort hoch? Weiter runter geht es wohl nicht. Das muss die Antriebswelle sein. Bereit? Ja. Ja. Da geht es wohl raus. Hätte ja gern, du weißt schon, die perfekte Waffe abgestaubt. Aber jetzt hab ich das. Verdammt. Wir müssen da ganz rauf, stimmt's? Es muss einen Weg an Deck geben. Ach echt, Sherlock? Sehr witzig, Fliss. Nö. Auch nichts. Hey, Fliss. Sieh dir das an. Die Leiter. Über die kommen wir hier vielleicht raus. Strohhalme ziehen? Ich geh. Nein. Nein, ich sollte wirklich gehen. Okay. Spiel den Helden. Mir doch egal. Alles gut? Aber immer. Und unsere Fluchtchancen werden auch immer besser. Ach, hätte ich bloß die Raketenstiefel genommen. Hm. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Ich seh mich mal um. Die Leiter. Total nützlos. Oh, Scheiße. Los, Brad. Du musst unbedingt da raus. Das Wasser steigt schnell. Okay. Es steigt schneller. Versuch's mit der Schauke am Gitter. Fliss. Es klappt. Hilf dir. Ach, ich bin da. Ach, ich bin da. Tu doch was. Hilfe. Bin mal zurück. Ich hole mich hier raus. Los. Okay. Das Scharnier. Probier das Scharnier. Es gibt da. 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 Hey, hey, I'm trying. Dahlang. 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 Da geht er hin. Kornberg! Halt! Das bringt nichts. Scheiße! Wir müssen zu ihm. Was zum Problem hat er denn? Keine Ahnung. Wasseraufbereitung. Zielort ist San Francisco. Das ist Conrad. Etwas stimmt nicht. Hey, hilf mir mal damit. Wir sind nicht. Sie sind. Es ist gut. Es ist gut. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ganz meine Meinung, Leute. Ganz meine Meinung, Leute. Ganz meine Meinung, Leute. Ganz meine Meinung, Leute. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Oh, hallo. Oh. Öffnest du mir den Safe? Conrad! Hey, Mann! Wir sind's! Hey, 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 hey! Ich bin's! Bliss! Alles okay! Hey! 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 Eat! Hey! Na los, wir müssen zu ihm. Ich schaff das nicht. Alter, ich find schon einen Weg. Okay. Conrad! Ich bin's, Fliss! Ich bin's, Fliss! Ich bin's, Fliss! Conrad! Hey! Hide! Conrad, hey! Stopp! Du bringst dich noch um! Bleib doch stehen! Oh! Hey, 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 hey. Es ist okay. René, ich bin's fiss. Ich bin Fliss, siehst du Fliss. Ich bin Fliss. Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt. Komm schon, wir müssen weiter. Finden wir die anderen. Scheiße.